Und mit Schauspielern geht das Arbeitsgericht wirklich nicht gut um und Schauspieler leben immer, was Beendigung ihrer Verträge betrifft, in prekären Verhältnissen. Die Nichtverlängerung der Verträge, die kann relativ einfach durch ein Theater umgesetzt werden, selbst wenn derjenige da schon ewig beschäftigt wurde, der Schauspieler. Man nimmt das so ein bisschen im Bereich der Kunst so hin, weil man sagt, naja, nach dem Motto, wer Schauspieler wird, der kann eh nicht damit rechnen, viel Geld zu verdienen. Das sind teilweise so ein bisschen historisch gewachsene Dinge. Schauspieler waren immer arm früher. Und man sieht dann auch so, naja, im Bereich der Kunst besondere Interessen des Arbeitgebers zu sagen, wenn es einer nicht mehr bringt, den keiner mehr sehen will, dann kann er den auch nicht mehr beschäftigen. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das könnte man in anderen Arbeitsverhältnissen eigentlich ähnlich sehen. Ich sehe persönlich überhaupt keinen Grund, warum man hier die Schauspieler schlechter behandelt. Aber diese Bühnentarifverträge, die sehen diese Möglichkeiten eben vor. Und hier ist jetzt aber eben eine gewisse, ganz wenig, also ganz niedrigschwellige Hürde für die Arbeitgeber doch eingebaut. Und da gab es jetzt einen richtig langen Rechtsstreit zwischen dem Theater Göttingen und einem Schauspieler über viele Instanzen und viele Jahre. Und der Schauspieler hat gewonnen. Und das, weil das Theater, ich sage jetzt mal so ganz deutlich, sich hier wirklich ziemlich dusselig angestellt hat. Ja, da hat wohl einer so ein bisschen machomäßig gesagt, ich kann mit dir machen, was ich will. Und dann hat jemand anders sich halt gewehrt. Hier war es jetzt so, dass das im Grunde genommen das Theater, die künstlerischen Beschäftigten, nur im Rahmen eines Gesprächs, den die Gründe für die Nichtverlängerung erläutern muss. Das heißt, die Gründe selbst werden jetzt nicht großartig hinterfragt. Aber so das Bundesarbeitsgericht, du musst dich als Theater, also als Verantwortlicher für den Arbeitgeber, als Intendant, musst du dich schon mit demjenigen hinsetzen und musst mit dem mal darüber sprechen. Ja, und hier hatte dann der Intendant gesagt, ja, ich muss ja quasi nichts mehr sagen. Wir haben das ja in informellen Gesprächen schon oft genug gesagt, dass diese künstlerischen Gründe eben hier gegen eine Verlängerung sprechen. Und es gab schon genug informelle Gespräche, die wochenlang immer wieder und deswegen mussten wir das nicht nochmal hier in einem Gespräch klären. So, und da sagte jetzt aber schon das Bühnenschiedsgericht Hamburg, dann das Bühnenoberschiedsgericht Frankfurt, das Arbeitsgericht Köln, das Landesarbeitsgericht Köln und jetzt auch das Bundesarbeitsgericht. Ich glaube, die waren sich alle einig, soweit ich das in Erinnerung hatte. Ich hatte das hier, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ja, es gibt nun so geringen Schutz nur und der einzige Schutz, den der Schauspieler quasi hat gegen eine völlig willkürliche und diskriminierende Nichtverlängerung und vielleicht sogar völlig sachwidrige, ja, völlig idiotische Nichtverlängerung, vielleicht ist sogar der beste Schauspieler, nur der Intendant passt dem nicht. Der einzige Schutz, den der hat, ist dieses Gespräch und deswegen verlangt das Bundesarbeitsgericht, dass diese Gründe in so einem Nichtverlängerungsgespräch dem Schauspieler noch einmal auch gesagt werden müssen und das Gericht, dass das Theater, in dem Fall der Arbeitgeber, das eben nicht als bloße Formalität ansehen kann und eben nicht sagen kann, naja, wir haben doch oft genug quasi gemeckert. Ich habe doch, also wie man das ja bei schlechten Arbeitnehmern so sagt, naja, ich meine, der weiß ja, dass der Chef nicht einverstanden ist mit dir, ja, nein, der muss noch einmal, der Intendant hätte sich hier noch einmal hinsetzen müssen und hätte nicht sagen dürfen, ich habe dir ja auch jetzt genug gesagt, so geht das nicht, ja, deswegen kann ich leider nicht verlängern, deine Leistung ist zu schlecht, sondern er hätte sagen müssen, also, pass auf, ganz formal, ich teile dir jetzt noch mal Folgendes mit, erstes, zweites, drittens und das muss dann auch der Arbeitgeber, der sich auf die Wirksamkeit der Nichtverlängerung beruft, beweisen kann. Ähnlich wie bei den Kündigungsgründen ist der Arbeitgeber hier in der Beweislast und wenn er das nicht kann oder wenn er es, wie in diesem Fall, nicht ordentlich gemacht hat, dann kann eben sich der betroffene Schauspieler gegen die Nichtverlängerung berufwirksam zur Wehr setzen, was dann mit extrem auch wirtschaftlichen Folgen natürlich verbunden ist über so eine lange Zeit. Denn der Rechtsweg hier durch diese Schiedsgerichtsbarkeit und dann die Arbeitsgerichtsbarkeit, der ist natürlich viel, viel länger als bei normalen Kündigungsschutz- oder Befristungsprozessen, sodass Schauspieler hier eine sehr, sehr schlechte Position haben nach wie vor. Ja, das sollte eigentlich auch noch mal Gelegenheit geben, über sowas nachzudenken, aber auch Theater es nicht bringen können, dass sie ja diese schlechte Position dann noch sozusagen, also den völlig recht losstellen und den auch noch nicht mal sich an die Formalien halten.